moin moin und herzlich willkommen zurück zu daggerfall und ich wollte formal eines eurer kommentare die gelesen hatte zur gestrigen folge einmal anschauen ob das funktioniert wurde ja mir gesagt mit t hier das funktioniert dank danke euch auf jeden fall für diesen tipp funktioniert mit dem pferd können jetzt reiten dann kann ich hinten sehen und kann kann ich nicht okay gehen wieder zu fuß wie geil danke euch auf jeden fall liebe geht raus an euch so wir wollten aber was wollten wir jetzt machen ich habe jetzt wegen dem pferd vergessen was wir machen wollten so gucken wir mal hier andere quest wir haben hier gerade keine quest wo sind wir genau hier vor der krieger gilde aber wir haben wir noch irgendwas im inventar was wir verkaufen können abgesehen vom bogen das feiere ich so was können wir hier so eigentlich das raf ich immer noch nicht wofür das ist das hier habe ich gar nicht sind aber auch viele verschiedene bilder muss ich auch nicht verstehen wofür das ist was hatten die uhr im spiel 60 37 dann gehen wir mal vielleicht zur zu den rittern des der drachen der drachen gerade dann sage ich jetzt einfach mal für mich ist das jetzt die drachen gerade punkt ausfällig und später heißen die auch drachen gerade und dann schauen wir mal dass wir vielleicht dann nochmal eine quest bekommen so jetzt können wir noch rein du hast doch bestimmt für uns eine aufgabe komm wir machen mal die princess next the princess lisausa greenhouse has been captured from our protection and it is the responsibility of us knights to rescue her unfortunatly many of our members are of fighting in the war in the truest spirit of chivalry tschuldigung habe ich gerade schwierigkeiten zu lesen will you go to rescue the princess from the vampire who has captured ok wieder ein vampir ja 13 tage haben wir und so dann schauen wir mal beziehungsweise gehen erstmal raus und schauen jetzt nochmal ganz genau an äh so the hold of yimstone da müssen wir hin und das müsste hier irgendwo sein ne the hold of yimstone ich hoffe ich habe es richtig geschrieben yimstone ok da gut dass der checkt welches ich meine dann reisen wir jetzt mal dahin ist das hier das schon dann würde ich sagen hier auch nochmal ein save game machen auf die vier und dann gehen wir mal rein ok sieht auch schon so interessant aus muss ich sagen ok so komme ich nicht mehr wieder drüber das ist interessant wirklich klar dass hier nicht so viel zu entdecken ist ok erster eingang ach nö das funktioniert wir können mit der waffe werwölfe erlegen boah save game schnell auf die zwei wir können damit untote erlegen boah nice hier gibt es aber irgendwo skelette da wollen wir es mal riskieren so ja nehmen wir mit alter wie geil ist das wir können jetzt endlich untote und werwölfe und so erledigen ich hoffe wir sind auch stark genug damit gegen äh vampire so dann schauen wir mal wir müssen ja noch ein bisschen mehr was finden nein der hat mich paralysiert nein komm ich will nein ah ich hasse spinnen ich hasse die wieder komm schnell schnell ich will mich bewegen komm komm wir gehen ganz schnell weh der kommt hinterher so da verstecken wir uns hier oh ich glaube das werden wir jetzt nicht schaffen so die spinne kommt jetzt wieder geht weg geht weg äh travel wollte ich nicht ok jetzt habe ich ein problem jetzt habe ich ein problem kein leben mehr ich kann nirgendwo resten aber interessant dass der werwolf jetzt da angegangen ist ich hoffe hier ist er weg kann ich hier jetzt resten ja ok das funktioniert wer ist denn da ach nur der hier der ist nicht so schlimm so und nochmal ah immer dieses gieber und nochmal ok da ist das gieber so und nochmal ok dann können wir jetzt nochmal ein save game machen auf die 2 und dann gehen wir mal hier rein ok hier gibt es gar nichts aber die spinne die hat mich auseinander genommen so den haben wir jetzt den habe ich jetzt aber auch nicht von hinten kommen sehen so jetzt müssen wir aber trotzdem nochmal den hier machen wer ist da ein spinne ist gefloben endlich so und noch einmal was ist das denn jetzt hä was war das jetzt kann mir das eine erklären was das war ist das normal gewesen ich würde trotzdem nochmal speichern wollen ok hier sind wir nicht richtig aber ich glaube nicht dass das normal war oder oder doch so irgendwo gehen wieder türen auf so dann gehen wir ach hier ist die todel spinne keine ahnung wer den gekillt hat aber dem bin ich dankbar da so so nightblade the exit is too far away for you to access your wagon was so mummy wrappings keine ahnung was das ist aber das nehmen wir erstmal alles mit so plus 3 der hat aber plus 9 so kürzen ja erstmal gegenseitig ausschlachten okay hier wurde aufgemacht und nimmt es gestorben da haben wir noch ein dann hier nehmen wir alles auch noch mit okay wir tragen zu viel egal dann lassen wir das mal und hier haben wir wieder diese geheimtüren aber ich will da hinten wissen was dahinter ist ich bin aber echt dankbar dass wir diesen db-marschwert haben geht das jetzt nicht mal auf weh du parallelierst mich so okay irgendwo hier in der Nähe da ist der Imp so hier geht es auch noch weiter dann gehen wir erstmal hier so Rat ist auch noch gestorben komm wir gehen erstmal hier runter okay hier gibt es gar nichts wer ist denn das so noch eine Nightblade Iron Die Katana ja wir können aber hier jetzt erstmal nichts mehr mitnehmen oder warte The Exit is too far away for you to access your wagon muss ich in Richtung Ausgang erstmal gehen um alles reingehen reinzulagern in den Wagen gehen wir erstmal ganz schnell Richtung Ausgang wo war denn der war der hier ne aber die Bledermaus machen wir auch noch kaputt hier sind irgendwo noch Gegner aber hier waren wir jetzt falsch dann gehen wir doch hier nochmal hoch sind wir hier jetzt nah genug für den Wagen so waren äh ne den will ich ich will das nicht equippen sondern remove ah ok removen ah ok so funktioniert das das heißt wir haben dann jetzt noch mehr Stuff dass wir hier einfach mal einlagern können mitnehmen können dann haben wir nachher ordentlich was zum verkaufen so wo war denn der andere jetzt dessen Stuff wir mitnehmen wollten hier irgendwo hier war einer genau nehmen wir mit nehmen wir mit oder warte ah egal den suchen wir später komm hier boah ich war ja dass das jetzt mit dem Wagen funktioniert so ich muss eben einen Schluck trinken einen Moment so jetzt bin ich wieder richtig dabei ja komm geht kaputt ok den haben wir auch noch was sind das? Pure Water so ist der gibt plus neun Armour das ist Left Powder der hier gibt auch plus neun egal oh hier haben wir noch was noch einen kleinen Schatz nice ich schau mal ob wir hier nochmal kurz resten können so ok wer ist denn da? immer diese kleinen Ratten so und noch einmal wir sind jetzt da? der so und noch einmal dann können wir hier auch nochmal ein Save Game machen diesmal auch wieder auf die 2 dann laden wir mal hier wenn wir jetzt drauf gehen sollten boah aber ich feiere das jetzt wirklich dass wir in der Lage sind Untote hier zu töten ok hier Folterkammer wieder eine sehr interessante Folterkammer und hier gehts nochmal weiter runter so da haben wir den komm komm geh jetzt kaputt so komm noch ein bisschen was ist mit dem? so den haben wir jetzt auch endlich gibt es hier noch irgendwas zum looten? die Köpfe können wir nicht looten den können wir nicht looten da ich habe jetzt mehr erhofft ja dann heißt es wieder zurück den hatten wir schon ok den hatten wir auch können wir alles nochmal wieder in den Wagen lagern ja irgendwo höre ich noch Leute aber wir gehen jetzt erstmal nochmal hier hoch ich glaube den Weg hatten wir noch gar nicht aber nochmal hier äh remove in den Wagen so 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 hier waren wir noch gar nichts hier waren wir noch gar nichts hier gibt es auch gar nichts doch hier ist eine Treppe Aua Aua so den haben wir jetzt auch noch nice noch einen Dwarven Saber unserer ist 5 bis 14 damit der hier ist auch 5 bis 14 aber wir nehmen das trotzdem mal mit und noch mehr Stätze nice war es jetzt auch nicht wirklich gelohnt hier hinzugehen außer für die paar Schätze wir hatten da aber noch ein paar Türen oder ach ich hätte jetzt gedacht das wäre ein Toter oder so so wir müssen trotzdem nochmal hier einmal remove nein ok egal remove hier haben wir auch noch ein paar Sachen oder hier genau das könnt ihr auch noch verkaufen und die Dinger so den Weg hatten wir schon ok sonst gab es hier oben keine Türen mehr ich glaube nur noch das da unten hatten wir den hier ja den hatten wir und den hatten wir aber noch nicht glaube ich zu Ende gelootet oder so dort nehmen wir mit und von dem wollten wir auch noch alles mitnehmen ok und dann fangen wir erstmal hier an so ok hier gibt es nichts ich mache hier aber auch nochmal ein Save Game nur um ganz sicher zu gehen ach so und der läuft der fliegt mir hinterher ich habe wirklich viel dahinter ist jetzt jemand der Vampir ach ne doch nicht aber noch mehr Schätze zum verkaufen bestimmt ok ok dann gehen wir mal hier weiter hier gibt es gar nichts dann heißt es es kann nur noch den Weg geben und da will ich auch nochmal vorsichtshalber speichern weil dahinter könnte jetzt der Vampir sein wir gehen erstmal hier hin wo es auch wieder nach oben geht oh nein ok den haben wir erledigt das ging ja tatsächlich schneller als erwartet ah ok wir sind jetzt hier oben so der hat schon wieder so den haben wir nice boah wir sind unschlagbar mit dem wehmachwert so ich muss eben wieder nochmal ein Stück trinken boah wo kommt der denn her so small two holy dagger ok dann schauen wir mal was hier weiter gibt es boah aber wir können jetzt endlich mal alles mitnehmen das ist ja geil beziehungsweise bis der Wagen voll ist beziehungsweise bis der Wagen voll ist komm, geht kaputt ouch so jetzt haben wir den auch endlich so jetzt müssen wir aber auch mal irgendwie kurz mal wieder resten oh wir sind wieder aufgestiegen nice ähm ähm was machen wir äh agility würde ich ein bisschen was machen wollen auch und ich würde sagen hier Glück machen wir auch noch ein bisschen das war jetzt nice komm, save game okay nur um sicher zu gehen dass wir das alles nicht wieder verlieren okay okay oh dahinter ist ein Vampir ich lass die erstmal hier sich gegenseitig abmurksen komm komm okay gegen Vampir komme ich noch nicht zurecht doch gegen Vampir komme ich ja wie soll ich jetzt gegen zwei hier gleichzeitig schnell weg bevor ich hier drauf gehe gegen zwei gleichzeitig das schaffe ich nicht so so hier wollten wir noch die Ratte bevor ich wegen der Ratte jetzt drauf gehe komm wir verstecken uns hier in diesem Raum so ich hoffe das müsste klappen wo ist denn der Gegner? welcher Gegner ist denn das? die Ratte sind wieder ach ne komm komm und noch einmal hier verstecken so komm lass nur ne Ratte sein bitte so ich weiß nicht wie viele von euch genauso spielen wie ich äh so ich hoffe aber irgendwie dass ich nicht der einzige bin der so spielt mal hier irgendwo verstecken bis vollständig geheilt komm wir können aber auch hier nochmal mal schauen was es vielleicht gibt's den Papier haben wir ja schon gefunden wo war das nochmal? hier oben ne? so sobald wir den kaputt haben dann machen wir hier auch nochmal ein save game dann machen wir hier auch nochmal ein save game für den Fall dass wir vom Vampir gleich gekillt werden da hinten war er glaube ich war da das? komm du hast den auf dem Boden komplett abgelöst ach ne ok Vampir hat uns getötet aber wir haben zum Glück früh genug gespeichert da ist er wieder ok Vampir ist schon sehr sehr stark muss man sagen da müssen wir es irgendwie schlauer machen boah ouch Vampir ist echt zu stark bin ich noch joa ja nice schnell einsammeln spider venom map finally drawn venom reveals the secret location of our green laboratory which you record ok hier machen wir trotzdem save game weil wir es geschafft haben die zu killen und jetzt schauen wir mal wo war denn das? das hier? nein wo sollen die sein? keine ahnung ok hier die spinnen haben die gekillt gehabt sonst gibt es ihnen gar nichts so hier noch ein toter ah hier geht es auch noch weiter ah hast du die gekillt? you are maxed thank you not it i am lady lisausa greenhouse let's get out of here now schnell dann save game und wir müssen dann hier nochmal ganz kurz resten ok hier können wir nicht resten aber wir haben sie gefunden ach das sind keine Türen du sauser wir müssen hier aber noch ein bisschen was erledigen jetzt wo wir in der lage sind alle zu töten den habe ich aber nicht gesehen so schauen wir mal ob wir hier einmal kurz resten nee warte wir haben ja das alles nun erledigt das heißt wir können eigentlich zurück auf unser wagen und zurück nach der gafoll und dann werden wir von selber hier uns heilen beziehungsweise wir können auch schauen ob hier nicht vielleicht irgendwo noch einer ist den wir übersehen haben vergessen haben mit items warte mal hatten wir da hinten den wirkung ich habe nichts gesagt hier waren wir falsch den hatten wir ja schon ne gab es nicht irgendwo noch wehrwölfe die wir vergessen haben zu looten den haben wir schon da passiert nichts hier gab es doch bestimmt nur noch den hier haben wir ok der hat nichts ja ok dann können wir gehen na wir gehen ich habe keine zeit mehr für die ähm was so so ok silber longbow dwarven longbow aber do you wish to access your wagon and stay in the hold of youton no ah ok gut dann wollen wir jetzt nach Daggerfall so mit nichts kosten wir haben 812 äh you are not well and not äh may not wie jetzt äh you are healthy ok das heißt dann was machen wir jetzt äh wir machen hier nochmal ein save game dann auf die 4 und dann resten wir äh wir machen hier nochmal ein save game dann jetzt bin ich geheilt und jetzt nach Daggerfall schnell schnell reisen you are not well and may not survive an extended period of travel do you will wish to continue with the fast travel ja ich will es riskieren hier steht ich bin healthy ich weiß jetzt nicht was äh 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 sein soll ob warum ich nicht gesund bin oder so so noch ein bisschen da lang noch ein bisschen da lang so und da ist jetzt ja kommen aber wir müssen hier jetzt Leute vor a while machen was sagt die uhrzeit sieben uhr ja und die sind um elf und wir haben sieben so leute for a while vier stunden so so also übrigens so müssen wir wieder machen und hier und hier nice haben wir geschafft so jetzt von ihm irgendwas neues you have already received your armor for you okay dann schauen wir mal dass wir wieder ein bisschen was verkaufen wir hoppla falsche taste ich gewöhne mich noch nicht immer dran so portion recycle so die Dinger müssen wir ja verkaufen und von hier haben wir auch noch jede Menge Schauen wir mal wie wir das machen Vintage okay hier können wir ein bisschen auch noch was verkaufen gehen so ich habe hier was für sie Sir aus dem Wagen wie viel habe ich denn da habe ich hier noch warte ich hatte noch einen Drams äh Bogen wo ist denn der hier hier okay hier okay okay komm 6900 6900 würden wir dafür kriegen 1827 nice so 3,25 kg habe ich aber noch im Wagen ja nice was hat er hier so im Angebot das gewahr 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 und okay das scheint ein ganz normaler heim sein ist den kaufen okay ach so so viel kostet das okay können wir nicht leisten ich habe jetzt gedacht geld spielt keine rolle mehr diesem reich aber wir wollen auch die sachen hier zurückkommen wo wollten wir sind dann gibt es auch noch ein paar läden so hier können wir schon auch noch verkaufen an ihm können wir nichts verkaufen was hat er aber hier im angebot nicht wirklich was wir haben wollen der bücher so davon haben aber noch ein laden general store nice guten tag der herr ich habe was zu verkaufen ja was hat er hier könnte noch ein pferd und noch ein laden kriegen aber das wollen wir nicht kajitsut lassen wir mal sein okay dann gehen wir mal lieber und dann ja komm wir haben da vorne ja so eine ganze reihe an läden und verkaufen können so hier dem können wir auch noch was verkaufen da ist er ja hier dass das und das ja komm was haben wir eigentlich noch im inventar wird wir hier ingredients was sind denn das eigentlich oder hier die dinger die können wir an dem jubilier wahrscheinlich verkaufen so dann haben wir den wagen wenigstens leer wo haben wir jubilier das ist eine taverne noch eine taverne das ist ein waffenladen das ist ein wales wo haben wir einen jubilier muss ich hier mal vielleicht doch die richtung in der richtung schauen nach den läden Achso, wir gehen noch weiter da hinten. Irgendwo hier. General Store, ne danke. Noch ein General Store. Noch ein bisschen weiter im Süden. Noch einer. Vielleicht kann ich hier was verkaufen. So. Ingredients. Ah, hier. Ey, kann ich viel an Geld geben. Nice. Okay, dann wollen wir jetzt eben noch ganz schnell zur Bank. Wo war denn nochmal die Bank? Bank-Aufdecker voll da im Süden. Ganz weit im Süden. Südwesten sogar ein bisschen. So. Und. Schauen wir nochmal. Bzw. Wir machen das so. Gefällt mir irgendwie ein bisschen mehr. Hat was. Ne, falsche Taste drücke ich wieder mal. So. Wir sind da. Wie wollen wir unser Pferd eigentlich nennen? Da lasse ich mal euch eigentlich die Entscheidung treffen. So. Gold Pieces on your Account. Okay. Dann hier. Drei. Ach. Drei. Eins. Und. Enter. Yo. 11557 Gold haben wir jetzt auf dem Konto. So. Dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Folge. Oder hören wir uns. Oder hören wir uns. Ihr könnt auch gerne bis zur nächsten Folge Namen für unser Pferd ausdenken. Ähm. Ich werde mir eure Kommentare auf jeden Fall dann durchlesen. Und. Dann werden wir uns mal für eines entscheiden auf jeden Fall. Und. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich bin's. Euer Max Deus. Und. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020